Hallo, mein Name ist Simon Adler, ich bin Professor am Fachbereich Automatisierung und Informatik und Koordinator des Studiengangs Informatik. Wir nutzen Informatik, um mit Technik Informationen digital zu erfassen, zu verarbeiten und bereitzustellen. Durch digitale Informationen können Arbeiten automatisiert werden, wir können Prozesse verbessern, sodass weniger Ressourcen verbraucht werden oder wir können Informationen für intelligente Assistenzsysteme bereitstellen. Wussten Sie, dass Informatik der zweitbeliebteste Studiengang in Deutschland ist? Jedes Jahr steigt die Anzahl der Informatikstudierenden um etwa 5% und auch der Anteil weiblicher Studierenden nimmt zu. Trotzdem ist der Bedarf höher, sodass jedes Jahr ungefähr 100.000 Stellen im IT-Sektor unbesetzt bleiben. Für Informatikstudierende also nach wie vor rosige Aussichten in einem der abwechslungsreichsten Berufe. Das Vorurteil des im Dunkeln sitzenden Programmierers ist schon lange nicht mehr zeitgemäß. Nach meinem Informatikstudium war ich als Spielentwickler tätig. Ich war mit Chirurgen im OP-Saal, um zu verstehen, wie eine Simulation für Ärzte aussehen muss. Ich habe für Energieversorger Planungsumgebungen für Strommasten entwickelt und durfte Assistenzsysteme für Instandhaltung von Anlagen und Windkraftwerken entwickeln. Informatiker bekommen häufig ganz besondere Einblicke in die Anwendungsgebiete, in denen ihre technische Lösungen benötigt werden. Warum? Neben dem schönen Campus, dem direkten Kontakt zu den Lehrenden und Mitarbeitenden und der Umgebung, in der andere Urlaub machen, ist die Hochschule Harz eine gute Wahl. Sie studieren anfangs erstmal Schritt für Schritt die Grundlagen der Informatik, wie Programmiersprachen, Datenbanken und Mathematik. In den folgenden Semestern lernt man dann, das Ganze zu Systemen zu entwerfen. In Web-Technologien, Mensch-Computer-Interaktion, der Veranstaltung, mobile Applikationen sowie im Software-Engineering werden Sie langsam Technikexperten. Als Informatiker beherrschen Sie aber nicht nur die Technik, sondern verstehen auch deren Anwendungsgebiete. Deswegen haben wir für Sie ein breites Angebot an Spezialisierung, aus denen Sie wählen können. Wie wäre es mit einer Vertiefung in Cloud Computing oder dem Internet der Dinge? Vielleicht ist aber auch eher die mobile Robotik eine spannende Herausforderung? Wie wäre es mit VR und AR im Einsatz mit Industrieanlagen oder Datenanalysen mit Methoden der künstlichen Intelligenz? Wir entwickeln das Angebot für Projektwochen, Wahlpflichtkurse und Spezialisierung immer weiter und werden dafür von einem Unternehmenskonsortium, dem Informatikbeirat, unterstützt. Zudem fließen die Ergebnisse aus unseren Forschungsprojekten in die Lehre ein und bieten Ihnen die Möglichkeit, schon während des Studiums an Zukunftsthemen mitzuwirken. Hört sich alles viel an, aber Sie haben auch viel Unterstützung. Sie lernen die Dinge nicht nur theoretisch, sondern in Projekten, Übungen und Versuchen. Zu jeder Veranstaltung gehören Labore, in denen Sie das ganze Gelernte praktisch anwenden. Wir arbeiten im Team und bieten Ihnen zahlreiche Hilfsangebote. Willkommen im Studiengang Informatik. Wir freuen uns darauf, Sie persönlich kennenzulernen.